Ich ziehe den Hut davor, was die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter da machen. Sie machen etwas Soziales, sie unterstützen unsere Gesellschaft, sie unterstützen die Menschen, die wahrscheinlich die meiste Hilfe überhaupt brauchen und sie machen eins, sie arbeiten mit einer ganz besonderen Nachhaltigkeit. Sie geben etwas weiter, was diese Menschen ohne diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vielleicht sonst niemals bekommen könnten und das bewundere ich. Das finde ich ganz große Klasse. Ich glaube, dass Bethel es geschafft hat, 150 Jahre zu bestehen, weil die Institution es geschafft hat, mit der Zeit zu gehen, sich zu reflektieren, sich selber auch kritisch zu hinterfragen, zu Zeiten, in denen eben nicht alles nur auch bei Bethel-Rosa-Rosig gewesen ist und durch ein starkes Wir-Miteinander-Gefühl sich intern auch gestärkt hat und damit in der Lage war und ist, weiter durch die Gegenwart und in die Zukunft zu gehen. So wie du bist, so wie du bist, so bist du für mich der Sonnenschein. Danke für deine ISO-Rosig. Danke. 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 Vielen Dank.